so damit wieder willkommen back to dieses spiel und so da komme ich nicht nach oben hin da brauche ich etwas anderes da werde ich wahrscheinlich wenn ich darunter springe werde ich sterben ok das türen fänden fenster zugegangen sagen wir hier hallo sprechen sie mit mir gegenstand gesammelt eine schlüsselkarte das war so ein brauchgefühl einfach wer einer von euch greift mich an der kriegt dann meine pistole zerspüren oh gott was damit habe ich endlich nicht gerechnet nicht ganz ehrlich ja das ist dafür da ich kann mich hier aber noch mal umschauen oh was so was fuck it Das ist ja Interessant Und dann geht es weiter Ciao Fuck ich hätte Komm ich nicht mehr hoch Ah damn it Nö seh ich nicht Da nicht Aber hier kann ich Oh Gott das tat dir weh Hier wollte ich hin Ah Mist ich komme da nicht hoch Musst also Warte mal Die Tür Hier lang Oh Gott ciao ja das hat wieder weh nur interessiert mich herzlich wenig hier die leiter hoch diese door open was ist das hier okay ich musste die weißen aufsammeln ein gehirn wo war denn jetzt der nächste schritt hier oben ging es glaube ich nicht weiter entweder da oder durch diesen einkaufsladen durch ich gucke mir mal hier nochmal um doch das ist die stelle das ist ein altes haus das geht doch vielleicht nach unten das hat meine erinnerung mich doch nicht getrübt meine fresse bin ich gut ok hier konnte ich hier runter einmal checkpoint ein vollkommen anderer ort hier hier hat oben gehen können aber es bringt mir nichts weil da oben ist halt nix obwohl doch warte ich dachte ich könnte vielleicht da oben auf den orangenen dingern rumlaufen aber das würde mich schon nicht weiter bringen das ist ein Tetris Tee wenn es bei Tetris ein Tee geben würde einfach weg tasern einfach weg tasern ausgang gefunden Mist ich bin durchgelaufen scheiße ich wollte noch backtracken aber ich habe alles gefunden Werk Tresor Tresor geöffnet ok tun wir mal ähm ach da kann ich jetzt ah ok ich weiß wie hey 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 Ich muss alle öffnen. Das heißt, man ist dazu gezwungen, Back zu checken. Ich dachte, das wäre vielleicht irgend so ein Zusatz. Aha, okay. Ja, 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 ja. Ich meine, es wird hier etwas Besonderes. Okay, da laufe ich erstmal wieder zurück. Und gucke mal, wo ich noch was freischalten kann. Ähm, da ist noch was. Ausgang und Tresorkomputer. Das heißt, ich kann mich hier nochmal umschauen. Ich bin ja mittlerweile sehr gut ausgerüstet mit unterschiedlichem Zeug. Ich kann ja jetzt mehrere Arten von Türen öffnen und so weiter. Okay, das macht einen Unterschied. Okay. Ich glaube, bei denen kann ich einfach weiterlaufen. Ich bin zuerst auf dem Boden um. Ich weiß ja nicht, was sich hier so finden lässt. Okay. So, ich habe eine Tür. Mal kurz gucken. Hier war sonst nichts weiter. Okay. Café. Da hinten geht es runter. Da ist eine Tür. Ich komme da nicht runter. Doch, da. Ich komme mich nicht durch. Nice. GG sage ich dazu nur. Das natürlich öffnen kann. Okay. Und ich komme mich hier durch. Das heißt, es ist ein neuer Bereich. Das war jetzt asozial. Das war jetzt asozial. Das war jetzt. Ich gehe hier. Ich kann mich auf den Fahrstuhl rufen. Lass mich mal bloß gucken. Dann fangen wir nach oben. ja das ist die tür gewesen ok also ich kann theoretischerweise jetzt schnell hier hinkommen leck mich noch eine tür ja ich bin hier laufen mir das was seilbahnbüro da oben lang komme ich nicht da oben ist ein schalter hier oben lang er kann klettern wo sind wir hier alle jagte ist alle jagte ist